Grüß dich, Jacob. Mr. McGrath? Es tut mir leid, Jacob. Wir müssen reden. Etwas ist mit Benedikt passiert. Was? Wo ist er? Was ist passiert? Komm schon, Jacob. Sag es mir, falls Ben etwas zugestoßen ist. Wo ist er? Ja. Tag für Tag bist du hungrig aus deinen Albträumen aufgewacht. All deine Fluchtversuche sind gescheitert. Du hast es so oft versucht, bis du zerbrachst. Du hast deinen Freund getötet, Jacob. Was? Nein! Nein, das ist nicht passiert. Lass mich in Ruhe. Ja, das hast du auch zu Benedikt gesagt, bevor du ihn von der Klippe gestoßen hast. Aber das ist noch nicht alles, nicht wahr? Du hast Benedikt getötet. Dann hast du ihn gegessen. Sicher, du warst am Verhungern. Aber du hast diese Entscheidung getroffen. Ihr seid nicht echt. Ihr seid nicht echt. Ihr seid ein Ungeheuer. Wenn es hier ein Monster gibt, Jacob, dann bist das du. Rede. Entledige dich deiner Schuld. Dann werden wir sehen, wie wir die Scham tilgen. Ich habe Benedikt im Stich gelassen. Ihn enttäuscht. Aber ich war so wütend. So wütend. Er hat mich immer wieder gedrängt. Wir stritten uns. Ich konnte nicht mehr denken, als ich ihn sah. Wie er da lag. Auf dem Boden. Leblos. Da sagten die Stimmen. Entweder er oder ich. Er oder ich. Ich wäre gestorben. Ich hätte sterben sollen. Nichts anderes habe ich für meine Sünden verdient. Ich habe Gott enttäuscht. Und meinen Freund. Ich bin ein Monster. Ich verdiene keine Gnade. Nein, du bist nur ein Sünder, der um Hilfe bettelt. Wir beide standen vor der einfachen, aber schrecklichen Wahl. Töten oder sterben. Du führtest den ersten Streich. Und nun stehen wir hier. Kannst du mir verzeihen? Unser Schicksal liegt nun in anderen Händen. Ja. Verbanner, verrichte deine Arbeit. Wenn du zurückkommen sollst, wenn wir das Ritual anwenden wollen, von dem wir sprachen, dann ist das der Moment, an dem alles beginnt. Red. Wenn wir diesen Schritt gehen. Jacob ist bereit zu sterben. Die anderen werden es nicht sein. Wir werden Lügen erzählen. Wir werden die Essenz der Lebenden ernten. Ich nehme die Schuld auf mich. Wir stehen vor einer einfachen, aber schrecklichen Wahl. Töten wir, um wieder zusammen zu sein. Oder trennen sich unsere Wege auf ewig? Wir müssen uns jetzt entscheiden. Jakob Lindt. Du glaubst, du verdienst keine Gnade. Aber dein Leiden muss ein Ende haben. Du hast deinen Freund ermordet. Den Mann, den du deinen Bruder nanntest. Du hast dich an ihm genährt. Bei seinem Tod war deine Hand im Spiel. Das hast du verleugnet und seinen Geist an dieses Reich gebunden. Sühnen kannst du dieses Unrecht niemals. Doch die Wahrheit und dein Tod werden sein Leid lindern. Kompromisse kann es hier nicht geben. Und wenn der Gerechte kaum gerettet wird, wo wird dann der Gottlose und Sünder zu finden sein? Benedikt, mein Freund, vergib mir. Ich habe das Leben eines Mannes genommen, den ich liebte und aß sein Fleisch. Ich verdiene all dies. Es ist vollbracht. Du darfst dich an seiner Essenz nähren. Ich glaube, ich brauche einen Moment. Du kannst dich drinnen ausruhen. Keine Magen mehr. Ben ist weg. Auf immer und ewig. Armer Bursche. Kein Wunder, dass er bei...